Los. Eins. Ich hab schon. Drei. Ich hab schon! Let's go. Hallo, meine Damen und Herren, das ist ein Spieltaps, das ist Kaderoth LP. Und wir werden beide... ...Portal 2 together. Den Coop-Modus. Den Coop-Modus. Genau wie meine Firma heißt. Ich praktikum mache. Echt? Nun, wollen wir weitergehen. Denn dieses Rätsel hier, Kammer Nummer 8, offiziell, inoffiziell, wie auch immer, werden wir jetzt lösen, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall lösen. Denn wir können es nicht nicht lösen. Worauf warten wir? Keine Ahnung, auf das nicht, 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 nicht lösen des Rätsels. Ah, meine DVD, wo auch immer sie ist. Meine, meine. Du hast schon richtig verstanden. Wir können das Rätsel nicht, nicht lösen. Ja, wir können das Rätsel lösen. Äh, jetzt muss ich... Hä? Muss ich jetzt da rein, oder was? Nee, geht ja gar nicht. Ich bin nicht verständlich, was er für Ideen hat, dieser Typ. Ich bin kein Typ. Oh, Mann, ja. Die Typen. Achso. Ah, du... Achso. Schon verstanden. Hä? Nee, nicht verstanden. Ich muss auf den Ball springen. War an. Das ist... Ja, so geht es natürlich auch. Ne, so. Da hast du... Geht nicht! Ah, jetzt. Da hin. Da, da. Oh, dann nehm's halt ich. Komm. Kackat, ich war grad nicht da. Achso. Entschuldigung. Für wenige Sekunden. Einfach sagen. Ich warte dann. Ja. Oh, nee. So ein Riesenlevel. Das ist nicht riesig. Es kommt nur eins so vor. Dieser Schalter hier. Offline. Jetzt ist es online. Wow. Schnell. Wie in Deckung. Wieso? Wenn etwas online ist, ist es nie gut. Doch. Wenn ich online bin, ist es immer gut. Ja, du. Auch bei Giovanni. Boom. Was? Hä? Aha. Ja, das... Okay, ich hab's. Du musst auf die andere Seite. Ja, ich merk's. Ja, aber... Natürlich musst du auch noch ein Loch haben, ne? Ein Loch? Achso, achso. Hä? Ne, so kann's nicht sein. Warte. Was hab ich grad gemacht? Achso, da ist Nieder. Ne, das ist die Fallführrichtung. Natürlich könnte ich das machen. Kannst du nicht da? Achso, ne. Ja, genau. Hier. Jetzt fliegt der... Jetzt muss ich wieder blau da hinmachen. So, jetzt ist Bam. Jetzt schnell der Bam. Und dann... Hm. ich bin vielleicht auch so das ganze wird kommen wir nicht da früher darauf da hat er nicht gerade ja genauso sie ist fast aber kommt zu mir bei der kugel hatte ja ja dort der roll zu dir ist und jetzt online oder oder wie ach so ich liebe diese spiegel ist das so okay gut ich denke es sei es auf der anderen Seite versuche durch das Portal zu kommen und ist direkt neben mir hochkappt wo ist meine CD hinter der Tür Prozent jawohl hat geklappt links umgekehrt irgendetwas bei dir ist Bridge der Golding was irgendwie ist deine Stimme grad ziemlich mechanisch ist das Absicht ja ähm wie hast du wenn ich das richtig verstanden habe wieso war deine Stimme grad so mechanisch war das Absicht ich 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 okay stimmt vorzahre oder was ich 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 ähm ich werde ich werde ja ist gut so nee 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 so oder nee hä natürlich ein gleichzeitiges Portal wir müssen uns gegenseitig treffen aha das ergibt mir Sinn nee doch sonst würden wir auf die andere Seite wieder fliegen warte ich okay ich bin soweit wo wir ja spring ich müsste ja testen ob ich springen könnte aber das ist aber zu gefährlich hm wieso du kannst ja nur sterben ist ja nicht so schlimm hm wiu oder zoom der aus der Ausblick gefiel mir von hier oben besser hm 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 was ist los davon haben wir denn das steht ich weiß wofür ne nicht wirklich doch hier oben da jeder da hin komm hoch wie also wie du hast uns natürlich am schwersten wieso 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 steck mal nach hm also ich bin bereit ja ich nicht wofür achso äh oh 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 man bin ich drüben verdammt wir haben es nicht geschafft ah okay jetzt ist mir alles klar hä hallo ich will hier weg so jetzt nein 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 das mache ich das mache ich wieder mach so so bis hä hä ich bin in den falschen Ausgang reingegangen also hier da rein ja so und jetzt ich hätte meinen Blick jetzt gerne gefilmt oh gott so nee mach genau warte mal ich mache es jetzt weg und du musst reagieren du musst da in das Loch okay ja aber und dann ja los geht's nein wenn ich da du kannst nicht nachdenken du kannst nicht nachdenken irgendwie hat es doch nicht geklappt ich hab doch gesagt wir müssen gegeneinander prallen hä auch nee wieso so wieso so kompliziert Mann wir gehen jetzt nochmal hoch ja das letzte Mal hoffentlich so ich bin oben pass auf wenn ich da reinfalle falle ich auf die andere Seite vom Blau also dahin dahin würde ich fallen also so um genau zu sein dahin okay dann setz mal deine Portale Hasch Gott das wird was für mich Hasch Hasch ich hab keine Hasch hast du es ich bin besser ja so boah boah siehst du wie gebrannert du gehst doch nicht so herrenlos herum okay ich hab grad etwas schlechter egal wieso ich hab grad Techtel Mächte ach was das ist ja nicht zu prägen die von der schlimmsten Sorte hab ich verstanden das ist ja nicht die Sims also in Kürze wird das Wort Blau fortlaufend wiederholt ja wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blau hört okay hast du dir aufgeschrieben? Nö zum Glück haben wir hier auf Band ja stimmt obwohl ich nicht glaub dass wir den jemals brauchen weiß ich nicht ich bin Wadley Weedley okay ich bin wir sind im Weltraum ich bin im Weltraum das ist doch geil ja Weltraum ich hätte nicht gedacht dass ihr so weit kommt nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen aus denen ich sie entnommen hatte wie nett aber ihr seid ein echtes Team geworden richtig nahe gekommen seid ihr euch ich kannte mal ein Team das sich noch näher stand aber ich musste einen von ihnen vernichten der andere nun darüber möchte ich lieber nicht sprechen okay ähm ja es ist ja gut irgendwann falle ich noch runter hier wieso winkst du? hier komm doch auf einmal umarmen diesmal aber ich eh nein das war's falsch eh nein okay los warte 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 wie viel überhaupt transportschächte begeben sie sich ja maximal acht nee rate ich jetzt einfach mal mit den drauf nee elf elf du guck 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 ich hoffe meine Festplatte ist nicht wieder gleich voll da ich nicht gedacht hätte dass ihr so weit kommt schaffe ich diese neue Strecke nur für euch Neu, neun. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich kann das nicht. Doch, jetzt. Oh Gott. Ich falle nicht da runter. Ich auch nicht. Ich mach's lieber richtig. Wieso bist du so weit hinten? Hm? Mensch, mach dich nicht lustig über Blue. Was soll das denn heißen? Ich hab keine Ahnung. Mach mal da oben dein zweites hin. Da. Hat sie grad wirklich dein Lachen gehört? Dein Kichern? Keine Ahnung. So. Gott. Viel Glück. Ja, ich bin durch hier. Tschüss. Ach so, ach so. Oh. Ach. Ach schon. Was soll ich machen? Der Schalter. Was für ein Schalter? Der Schalter. Ich seh keinen Schalter. Ach so. Hä, da unten. Hä? Ähm. Ja. Ich geh runter. Ich bin tot. Ich staune ich über eure Freundschaft. Ja. Ja. So. Alter. So, ich. Hm. Also, dann muss jetzt ja wohl ich hier, ne? So. Ja, das ist ja süß. Wieso? Irgendwie komme ich schon vorbei. Gleich. Was hast du da vor? Mach mal. Geh mal, geh mal, geh mal nach. Da. Hinter dir. Na also. Und jetzt was für ein Knopf. Ja, der Knopf hier. Ja, und jetzt? Runter. Ach so, natürlich. Ah, der könnte... Nein. Das war zu früh. Ah, das macht so gut wie gar nichts. Komm einfach jetzt her. Jo. Dass du ihn jetzt nicht gefunden hast. Ja, was denn? Ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Ich auch. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verräter auf dieselbe Datei beschlossen sind. Äh, 10% der folgende Zahl. 9, 7, 5, 6, 3, 7, 100, 7, 7. Was? Steht da. Das kam blablabla. Wir haben 12 Uhr 22. Wollen wir das als Play ankündigen? Doch wer sich den Test genauer ansieht, macht sofort, wer hier der eigentliche Held ist. Ja, danke. Hm. Nein. Ähm. Wurf, nein! Wollen wir jetzt ankündigen? Was? Ja, das ist jetzt fair. Portrait 2. Oder das, wo wir vorhin besprochen haben. Ja, vorhin besprochen haben. Ach so. Ähm. Jo, ich meine so, ne. Keine Ahnung, ist mir egal. Ja, das ist wahrscheinlich Rainbow Six Vegas 2. Auch wenn es einen bestimmten YouTuber aufregen wird, dass es nicht der erste Teil ist. Welchen YouTuber würde das bitte schon aufregen? Lol. Das wäre egal. Das war das halt. Lol. 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 Was heißt hier lautloses Online-Lachen? Ja, der wird sich aufregen. Ja, lol. Lol. Kannst du irgendwie nicht mal... Oh! Muldig, das Ding ist auch nicht dein Ding, oder? Ja, aber deins auch nicht. War... Hallo? Das hat mich rausgeschmissen. Ne, der Lol war ich, der... spezielle YouTuber. Ah, sehr gut. Aha. Hä, Ball kommt zurück. Hä, wohin muss denn der jetzt? Warte mal. So. Der Ball muss... Was geht's immer noch hier draufsetzen, oder was weiß ich? Ich hab keine Ahnung. Der Ball... Also wie gesagt, der zweite Teil ist. Im Moment der Beste. Von? Die wir gespielt haben. Ja, wie der Beste. Sorry, aber... Sorry, aber... Das ist eine Serie. Aha. Aber mal ne Frage... Wie lange soll ich hier noch draufstehen? Keine Ahnung, kann ich ja mal runtergehen. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Das fehlt ja mit Bezwecken. Ich weiß es nicht. Egal, was soll's. Andersrum. Wohin muss der überhaupt? Ja, dazwischen, glaub ich, oder nicht? Ach so, dahin, gell? Hm, aber wie? Das ist so typisch, du. Ja, ich sehe hier leider fast gar nichts. Was denn? Ich mach doch den Schalter. Du. So, runter vom Schalter. Und jetzt, mach boom. Boom? Wieso typisch ich? Weil typisch ich, ich auf den Schalter war. Und weil ich das sofort gesehen habe, als ich... Das war doch alles mein Verdienst, hört gar nicht auf den. Ausgezeichnet, ihr macht euch beide sehr gut. Ja, sieh ich. Oh man, ey. Das ist doch echt. Das ist... Ey, ohne dich wäre ich wahrscheinlich schon längst vorreckt. Oh Gott, ne. Das ist doch immer mehr. Schluck. Also ein 20-Minuten-Pud wäre jetzt vorbei. Orange, Blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Was? Tja, das stimmt. Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, aber im Grunde schlecht. Okay. So ne blöde. Was auch immer. Was hast du, sie beleidigen? Ich glaube, du hast sie beleidigt. Und wie? Hä, was machten die jetzt? Äh, wollen wir jetzt Schnitt machen oder wollen wir weitermachen? Also es wird grad dunkel. Also mach mal Schnitt. Ja, mach mal einen Schnitt. Wir sehen uns gleich, Leute. Ja, bis zum nächsten Part. Ciao. Euer... Karl-Roth LP und... Ich schaue uns alles zum Spiel. Ich selbst danke.